Was geht ab Leute, der Sane ist wieder da und zwar mit den Spoilern zu One Piece Kapitel 961 mit dem Titel Der Vorfall mit dem Gott des Berges. Der Gott des Berges, also das riesige Wildschwein wütet weiter und alle in der Stadt versuchen das weiße Schwein zu finden. Jemand erzählt Kinemon, dass Kranich von dem Berg gefressen wurde, also Otsuru, weshalb er auf diesen zustürmt und fordert sie wieder auszuspucken. Oden zeigt dem Gott des Berges das weiße Schwein und schützt Kinemon und Denjiro. Die daraufhin seine Vassalen werden wollen. Wir sehen einen jungen Yasui, der sehr grimmig reinschaut und einen jungen Orochi, der sehr freundlich wirkt und wie ein Obdachloser ausschaut. In einem weiteren Bild sehen wir wie Oden das riesige Wildschwein zerzeilt. Auf dem Cover sehen wir Vito und Goti, die eine Gruppe überwältigter Männer gefunden haben. Die Männer sind mit Kussmünden übersät und einer deutet in eine Richtung. Okay, das sind schon mal etwas interessante Spoiler, aber an sich denke ich, dass das Kapitel jetzt nicht so grandios sein wird, wobei mich doch interessiert, was der junge Orochi da zu tun hat und wie es so aussieht wie ein kleiner Bettlerjunge. Das könnte doch interessant werden, aber warten wir auf das Review morgen. Ich hoffe auf jeden Fall das kleine Spoiler Video hat euch gefallen, wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben oder ein Abo da und ich hoffe wir sehen uns auch morgen beim Kapitel Review wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß, haut rein und ciao! Bis zum nächsten Пока. Bis zum nächsten Mal.